Hallo zusammen! Wir begrüßen alle, die sich für Kinderrechte interessieren und für die Kinderrechte einfach wichtig sind. Wir! Das sind die Kinder der vierten Klassen der Volksschule Hofstetten. Wir sind alle zwischen 9 und 7 Jahre alt. Und wohnen in der Gemeinde Hofstetten an der Rad. Wir haben in letzter Zeit in der Schule viele über Kinderrechte gesprochen. Ich habe euch ein Buch mitgebracht, in dem es um Kinderrechte geht. Und das möchte ich euch jetzt vorlesen. Ich bin ein Kind mit Augen, Händen, einer Stimme, einem Herzen und mit Rechten. Ich habe das Recht auf einen Namen, einen Vornamen, auf eine Familie, die mir zulächelt und ein Land, in dem ich mich zu Hause fühle. Wir sind sehr froh, dass für uns viele Rechte zum Glück normal sind. Durch ein paar Rechte haben wir uns ausgesucht, die uns besonders wichtig sind. Und nachdem wir in den Musikstunden öfters rappen, haben wir aus vier Kinderrechten ein Web gemacht. Welche Kinderrechte das sind, verraten wir euch jetzt. Wenn ich etwas zu sagen habe, wenn mich etwas bedrückt, wenn mich etwas ärgert oder besonders freut, dann darf ich es auch sagen. Wenn ich mich krank fühle oder wenn es mir nicht so gut geht, wenn ich Kummer habe oder Trost brauche, dann wird mir von allem geholfen. Wir gehen einfach gern zur Schule, weil wir uns da wohlfühlen und etwas lernen wollen. Wir wissen, dass Schule nicht für alle Kinder auf der Welt selbstverständlich ist. Darum ist es wichtig. Wir haben ein Recht, ein Recht, ein Recht auf Wien und Wien und Wien. Spielen, toben, tanzen, lachen. Ja, das Leben ist schön. Ich will den ganzen Tag nur Spaß haben. Wir haben ein Recht, ein Recht, ein Recht auf Wien und Wien. Darum sagen wir es laut, dass es jeder hört. Kinder, 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 Kinder haben Recht. Kinder, Kinder, Kinder haben Recht. Kinder, Kinder... Kinder, Kinder Dank advisor Economischer hat Sesng für dich? Untertitelung des ZDF, 2020